Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es wieder darum, Karten der Omen zu unboxen. Ich habe mir diesmal ein paar mehr mitgenommen. Wir haben zwar zwischendrin schon mal welche geöffnet, gerade wenn ich auf die Queue für die Rakete gewartet habe. Aber ich habe gedacht, wir machen jetzt mal 500 Stück. Und dann fangen wir jetzt mal an. Wie gesagt, ich würde jetzt nebenbei auch noch ein bisschen reden. Ähm, die grünen werde ich wie immer aufmachen. Und wir werden am Ende gucken, was denn da jetzt genau für Karten noch so rausgekommen sind. Die normalen beachte ich ja meistens weniger. Aber wir gucken bei grün, bei blau und bei episch gucken wir dann schon drauf, was ist es denn jetzt. Aber, guck mal, direkt die blau, wenn man vom Teufel spricht. Na, wenn das klappen würde, hätten wir jedes Mal, wenn wir episch sagen würden, noch eine episch Karte. Also von daher, ne. Also, machen wir mal weiter. Ich hoffe, euch geht's gut. Neue, seid gut in die neue Woche gekommen. Ähm, ich bin heute ein bisschen spät dran mit den Videos, weil ich den ganzen Tag schon Streams am Rändern bin. Und ein bisschen die Zeit vergessen habe dabei. Jetzt ja auch, Haushalt muss auch gemacht werden. Ne. Und ja. So, dann gucken wir mal. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, die grünen drehen wir dann nochmal um. Aber ich mach erst alle auf, ne. Das heißt, wir werden jetzt erst alle 500 Karten aufmachen. Und danach gucken wir, oh, wieder ne blaue. Und danach gucken wir halt, was für blaue haben wir gekriegt. Was für grüne. Die grünen drehen wir nochmal um. Eventuell haben wir Glück und wir bekommen dann noch was anderes. Drückt die Daumen. Ich weiß ja nicht, äh, wir hatten ja, ich hatte letztens mit einem anderen Videos schon mich unterhalten und wie sehen's denn die anderen? Macht ihr die grünen, dreht ihr die um? Hätte ich im Streamer schon mal nachgefragt. Aber die meisten machen das mit den Karten gar nicht. Oder wissen gar nicht, dass man die... Es gibt sogar immer noch Leute, die nicht wissen, dass man die umdrehen kann. Es ist halt so, wenn das Add-on halt schon länger weg ist, dass manche Sachen halt in Vergessenheit geraten. Genauso, übrigens habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht. Die Karten sind nicht aus Pandaria, die anderen, sondern aus Kater. Ne, das heißt, die Kataklysm-Kräuter, da könnt ihr halt die anderen Karten machen. Die haben, glaube ich, aber weniger Wert teilweise. Also die epischen auf jeden Fall. Die sind, glaube ich, nicht ganz so hoch. Da gibt's dann, glaube ich, 1000, 2000 und 5000. Korrigiert mich. Bei der... Bei der neuen gab's, glaube ich, auch 6000er hier. Soll. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal die 6000er gesehen? Ne, die 5000er beim anderen habe ich, glaube ich, mal gesehen gehabt. Oder die 3. Es ist schon zu lange her. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was das Höchste war, was ihr rausgeholt habt. Und noch sind wir hier im weißen Bereich. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Sag ich ja immer. Kleinvieh macht auch Mist. Übrigens haben wir im Stream jetzt auch ausgewählt, wo muss ich jetzt anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal in dem Video schon gesagt habe. Wir fangen jetzt mit... Oh, wieder eine blaue. Wir fangen jetzt mit Burg Schattenfang an. Das heißt, ich werde jetzt Burg Schattenfang die ersten Läufe machen demnächst. Und ich werde auch jetzt mal mit... Hier... Ähm... Ja. MC. Anfangen. Wird halt nur schwierig. Da werde ich wahrscheinlich am Ende... Ähm... Alles... Also beide Seiten dann beleuchten müssen. Weil ich habe ja... Meine ganzen Charts nicht nur auf einem Server, sondern verteilt. Und... Da ich ja gerne... Zeigen möchte, was ich da an Transmog mit einem rausgeholt habe, muss ich dann auf Allianzseite einmal zeigen, was ich... Uh, zweimal Karte des Blutes hintereinander in blau. Schön. Ähm... Werde ich halt einmal Allianzseite zeigen, was ich gelootet habe. Und dann werde ich Horn-Seite nochmal machen. Ich denke mal, das packe ich mir ja alles dann auf einen extra Schar. Und dann gucken wir uns das an. Genau, reite mal kurz durch mein Bild. Wunderschön. Also das ist ja auch gerade gelohnt, ne? Zweimal hintereinander eine blaue. Ist... Ist auch nett. Na komm. Vielleicht gönnt ihr uns eine epische in den ganzen Haufen hier. 500 Karten ist ja schon eine Menge, ne? Wieder blau. Blau. Wie ihr seht, man kann die Karten auch verkaufen. Die sind auf dem Server hier pro Stück 50... Oh, eine epische. Aber wie gesagt, wir gucken uns das zum Schluss an. Uh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, welche es war. Manchmal kommt der Teufel doch raus, wenn man von dem spricht. So. Eine epische bis jetzt. In 400 eine epische. Okay. Na, notieren wir uns mal. Na, auf jeden Fall ist es jetzt so ein Buchschattenfang. Danach gehen wir Kloster. Und, ja. Das ist dann so die... Ihr könnt euch auch die Umfrage nochmal angucken. Die ist ja quasi immer noch online. Und da könnt ihr euch ja anschauen, wie die Leute gevotet haben. Ich hab im Stream auch nochmal voten lassen, womit ich anfangen soll. Weil zwei Sachen gleich viel Prozent da hatten. Ja. Haben sie jetzt im Stream wieder 50-50 gevotet. Na, so ist das manchmal. Na, dann hab ich dann selber entschieden. Dass ich erst Burg und dann... Und dann die andere gehe. Ähm, ich denke aber in Burg... Muss ich da mal gucken. Da gibt's ja eine Abkürzung, ne. Man farmt ja nur bis zu einem bestimmten Bereich. Ich überlege, ob wir das machen. Ob ich das mache. Oder ob ich den kompletten Laden bis zum Endboss immer mache. Aber eigentlich sollte... So. Wir haben epische, blaue und grüne. Dann drehen wir die grünen doch nochmal um. Ich versuche nicht auf die epische zu gehen. Damit wir sehen, was da für eine drin ist. Uh, siehste? Siehste? Ich hab ne grüne umgedreht und ne blaue bekommen. Hä? Das find ich gut. Ne? So. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja nochmal so'n Glück. Wir haben noch fünf grüne. Manchmal hat man das. Nö. Alright. Und gucken wir mal. Wir haben... 300er. Wir haben... 850er. Und jetzt... Trommelwirbel. Oder auch nicht. Die 3000er-Karte. Ja. Hat sich dann schon gelohnt, ne. 3000. Ihr werdet etwas erlangen, das ihr euch wünscht. Ja. Das hoffe ich doch. Ihr werdet euch verlieben. Was steht hier? Ihr werdet ein erfülltes Leben haben. Und einen ruhmreichen Tod sterben. Na dann. Wunderschön. Ja. So. Ich hab jetzt hier aktuell 284. Und wenn ich das jetzt alles verkaufe. Ich mach das jetzt mal so. So. Gucken wir mal. Ich freu mich. Eine epische war drin. So. Ja. 3900. Circa, ne. Ja. 3900 Gold haben wir aus den 500 Karten geholt. Ich weiß gar nicht. Ja. Die Karten verkaufen sich nicht so gut. Außerdem. Bisschen. Bisschen. Äh. Äh. Was sagt man? Gambling heißt das? Ist ja schon dabei, ne. Mit den Karten. Aber. Ab und zu. Mir macht es halt Spaß. Die ab und zu mal aufzumachen. Ist mal was anderes. So meine Lieben. Warte mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Drücke euch die Daumen bei euren Karten. Und ich hoffe wir sehen uns. Nächste Woche beim nächsten Karten Opening wieder. Also bis dahin. Tschüss.